der stallmeister und die königin klingt ein bisschen nach yellowpress darum geht es aber nicht england hat die queen wir haben viele königinnen und majestäten die treffe ich natürlich regelmäßig in meinem beruflichen alltag für die schützen majestäten und karnevalsprinzen und prinzessinnen gibt es eigene playlist aber hier geht es um die symbolfiguren wie die bürde königin die salzkönigin oder auch hopfenkönigin prinzessin weinkönigin prinzessin sehr viele begegnungen gehabt ist immer schön vor allem wenn die andere seite dann auch so spricht war unglaublich toll also viel spaß bei dieser playlist es wird immer wieder was dazu kommen denke ich und immer wieder amüsante begegnungen